Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Klasse 1 Video. Jetzt sehen wir die aktuellen Blitzknatterwelle von Veko in der Achterschachtel. Wie hier kennt ihr ja vielleicht auch schon aus meiner Spaß-Bis-Sylvesterreihe. Im 2.0 Teil habe ich diese nämlich auch schon gehört. Wir gehen jetzt auch zu der selben Position wie in dem Video. Und ja, der Blitzknatterwelle von Veko, wenn er will. Oh, und er kommt. Gar nicht so schlecht. Und als vergleichswert einmal ein. Ganz normal auf dem Boden. Der Blitzknatterwelle von Veko, der zweite. Also so schlecht sind sie gar nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ja, bis demnächst.